Sah edel aus. Ja. So, ich brauch deine Brücke nochmal. Na sicher. Ein bisschen weiter noch da, ne? Geht nicht. Also ich weiß, was du vorhast, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, mit dem Speedo. Dann klappt das auch nicht richtig. Irgendwas fehlt da noch. Was ist, wenn du die Brücke hier oben rausmachst, aus dem blauen? Boah, das dürfte eigentlich auch nicht. Ah, dann geht er senkrecht. Das könnte, doch, das könnte klappen. Dann machst du die Brücke weg und dann fliege ich durch das untere Weiße. Vielleicht. Also hier durch. Aber jetzt ist ja hier nicht alles orange. Ja, das wird nichts. Warte mal kurz. Ich setze sie nochmal nach unten. Genau, ähm. Genau, ich tue das orange noch rein. Ähm, schaffst du es hier raus, ein Mühblau zu ballern, mein? Ich kann auch nicht viel, nur ein bisschen mehr, genau. So. Ja. Man kommt da oben auf die. Dann kannst du fast, genau, dann kannst du fast da drauf springen. Das kannst du jetzt auch machen. Okay. Bruder, du klaust mein Gesicht. Braucht man die next time. Ah, 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 ah. Jawohl, Alter. Kannst du jetzt auch das Save zurück? Nein! Das ist so dämlich. Okay, wir machen mich das eine Lücke, ja. Aua. So. Aber muss man dann auf eine andere Art und Weise zurück? Aber wie? Hau mir da erstmal das ganze gute Zeug drauf. Okay. Genau, und jetzt noch ein Mü, genau, ein Mü davon. Okay, ich habe automatisch den Würfel und bin hier drauf. Ich bin einfach so doof zu springen gewesen. Zack, Junge. Aber jetzt kann das hier drauf bleiben. Ja. Jetzt können wir beide Unfug treiben, aber was für Unfug? Richtig. Am besten gehst du da weg, damit ich mich nicht hara-kiriere. Und du fliegst dann aus dem gelben da raus? Ja, nein, noch nicht. Ja, nee. Jetzt. Dann habe ich das mit dir gespielt, aber auch. Okay, renne mal einfach durch und guck mal, ob es funktioniert. Leu, aber wenn ich renne, dann nehme ich auch wo ich den Cube weiter. Oder da durch. Ja, genau, warte, ich versuch's mal. Geh mal weg. Ja. Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Okay, ich bin nicht schnell genug. Wo ihr hier nicht genug rauskommt. Das lässt sich aber nicht ändern. Doch, das lässt sich ändern. Ja. Nee, das fliegt sich nicht ändern. Okay, dann ist das nicht dafür gedacht. Hm. Nee, ist das nicht, aber... Wofür ist denn das Ding da eigentlich? Ah, okay, man fliegt fast hoch genug. Pass auf. Ich hab voll die Idea. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber es ist richtig. Jetzt ist es weg. Jetzt hast du's weg. Ich krieg Gizz ins Gesicht. Warte mal. Okay. Ähm. Ich wollte... Lass du... Dafür müssen wir erstmal da... Wir müssen uns da rüber jeden. Hey? Um da drauf zu landen. Ja. Genau, damit Sonic Speed hoch, Alter. Ja, und das Problem ist ja, wir können ja gar kein Speed aufbauen. Das ist ja unser Problem, was wir hier haben. Ja, ja, das ist ein Du-Problem. Warte mal. Hm. Okay. Ich mach mir jetzt ein bisschen was durch. Ja, mach. Aha. Hm. Dein Blaues ist das, wo... Ja, wo man durchheatet. Und ich leatet runter. Ja, das muss irgendwie anders gehen. Ja, muss es. Wofür ist denn eigentlich diese Plattform? Genau, das hab ich mich auch schon... Ne, äh, mach mal da den, äh, den, äh, den, äh, ne? Digga, Bruder, Digga... Ja, warte mal. Warte mal. Easy, easy, warte. Warte, 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 warte. Easy. Absolut easy. Ich hab noch nie so ein einfaches Rätsel gesehen. Mhm. Da. Dann spring ich da rein. Das kann ich auch machen, ja. Und dann bin ich oben. Joi. Joi, okay. Jetzt muss nur ich da hin. Ja, jetzt hab ich dir, äh, jetzt hab ich dir, äh, jetzt hab ich dir Brücke gegeben. Ja. Aber ich kann dir auch doch Brücke geben, ja. Bist du drüben? Mhm. Oh. Und jetzt springst du einfach in das da. Äh... Der Stroh... Ja, ja, alles gut. Jetzt ist schaffbar. Alles gut. Hier rein meinst du jetzt einfach? Ja, ja, genau. Okay. Du springst einfach, jeetest einfach nur unter dich. Ja gut. Ja. Aber das war nicht genug, um, äh, hier ranzukommen. Oh Gott! Nice. Können wir es noch mal machen? Ja, dann sehen wir auch noch mal, wie es funktioniert. So, pass auf, noch mal. Es gibt übrigens ein Achievement, wenn man dreimal hintereinander Tic-Tac-Toe gewinnt. Aber viel, viel Glück mit. Was? Ja, los, Alter. Du kriegst das. Das ist halt einfach nicht gut. Na gut. So. Wie bist du darüber gekommen? Ich bin, also genau, ich bin hier rübergegangen. Ja. Genau, dein Portal war da. Und hier. Und ich hab dann gesagt, Junge, hier kommt eine Line hin. Genau. Genau, also einmal da und dann. Erstmal hätte ich gerne deine Brücke. Ah ja. Okay. Dann machst du deine Portale hier. Genau. Ich mach meins da. Okay. Okay, dann müssen wir aber nur beide gleichzeitig durch. Das war vorhin das Problem. Ja. Effekt. Oh, du kleiner. Ich dachte, fecken High Five. Nein, nein, nein. Tamara, visuelle Darstellung von PTBS und Gewalt. Siehst du da? Achso. Blair Witch Project. What? Okay, Tamara. Warum bist du zu schlimm? Check. Check. Oh. Oh. The Disassembler's not working. It's nothing to worry about. It's actually funny in a way you don't understand. Funf, funf, funf. Anyway, brace yourselves. I'm going to open the maintenance hall. Oh, okay. Wee. Okay. Oh, man landet einfach irgendwo hoch. Wait. Oh, man landet einfach. Oh, man landet einfach hoch. Oh, man landet einfach hoch. Du möchtest mit all dem Art-Utopia-Garbage, aber sie hat meine Hand gefordert. Hör auf mich vorsichtig, wir haben noch 100.000 Menschen in Zukunft. Ja, das ist echt heftig. Äh, was ist denn mit deinem Gesicht eigentlich los? Hm. Nee, du hast einen schwarzen Chor. Hm. 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 Ja. Hm. Ist das ein Blackface? Hab ich gesündigt? Und du brauchst wirklich, wirklich die Assemblers zurück. Ich hab mir einen Skin für einen. Oh nein, ich dachte es mir gerade, wir haben das Geld ausgegeben. Ja! Für einen dummen Skin. Mach dich bereit, Alter. Ich erinner mich an die Ursünde. Ja! Ich war der Scholler auf den First Sin, Alter. Genau. Oh Gott! Arsch. Leute? Wo zum Figgel bin ich, ey? Unbekannt. Okay, äh... Ein bisschen extra. Ne, aber erst mal, wo bist du denn jetzt? Warte mal. Ich hab keine Ahnung, wo du bist, Alter. Hä, bist du gestorben? Junge, ich bin in der Müllpresse oder so. Keine Ahnung, ich bin wie am Anfang. Hä? Ach, aha. Okay. Da hab ich zurückgelaufen, weil mich richtig liebt jetzt was. Okay. Ne, ich lass mich nicht mehr auf deinen Schabernack ein. Nein. Arsch. Okay. Juhu, wie war das? Ach ja. Was? Zwei blaue? Das aber hier. Ich lege ein. Ah, ich pass auf den. Eins, zwei, eins. Zwei? Ja. 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 Hä? What? Achso, okay. Achso, das war wieder nachfallen, okay. Achso, weil es hier weitergeht tatsächlich. Oh boy. Oh, weiß. Was weiß denn? Äh, Portale. Kann man da platzieren. Aah. Oh boy. Ja, ich lass mich grad gut gehen, da. Okay. Oh, warte mal, das weißte Zirk kannst du dir direkt ins Gesicht schießen lassen. Ja. Ich fühl mich missbraucht. Oh, nein! Ich erinnere mich genau an dieses, diesen Level hier. Oh Gott, das kann nicht gut sein, ey. Nee, ist es nicht. Ich weiß, dass ich hier eine Stunde oder irgendwas hing. Ich erinnere mich. Okay. Oh, das war richtiger Rotz. Es war auch simpel, sag ich dazu. Okay. An sich. Aber es war richtiger Rotz. Aber ich komm nicht auf die Lösung. Ich erinnere mich an das komplette Layout, ey. Oh boy. Widerlich. So, wir müssen einfach nur alles weiß machen, nehm ich an. Äh, ich meine. Wir müssen da, ne, die Jungs wegmachen. Und da, wo die stehen, auch, äh, hin. Mhm. Aber, irgendwas war ich auch mit durch die Luftgeflieger hart hier im Kopf. Die Volt geht nicht, okay. Und da ist der Ausgang. Oh, das war richtig dämlich. Was, war es so, dass man die mit dem Würfel ausknocken muss, irgendwie? Und dann, wenn wir, wenn wir da hin müssen, dann können wir sie ja auch einfach greifen und killen. Fünf, ja. Hier, jetzt hoch einmal irgendwie. Weißt du noch, wie? Wahrscheinlich mit, ja, hier muss man überall mit dem Momentum hochkommen. Oh boy. Kann man nicht hier dann dran? Ja. Ja, ich weiß nicht mehr wie, ey. Das sieht auch sehr... Oh lai. Sorry. Na, alles gut. Sehr flechig aus. Nice. Ja. Jetzt kann man da hoch. Perfekt. Jetzt sind wir hier. Ah, hier. Ja. Und hier hängst du noch schon eine fest, ja? Ja, weil ich nicht so ein Brainiac dabei hatte. Jetzt müssen wir das Weiße irgendwie noch darüber ballern, ja? Gucken, wie weit fliegt denn das? Nicht weit genug. Ja, aber jetzt. Leu, wie konnte ich hier eine Stunde hängen? So, aber halt, den Cube brauchen wir noch. Ja. Gut, ich vergewaltige, du holst den Cube. Ich guck dir aber zu. Okay. Mörder. Mord. Gewalt. Und du pannst dazu. So, das brauchen wir da hinten noch, Weißes? Warte, ich gucke, ob der auf dich zielt. Nee. Äh, nee, brauchen wir nicht. Doch, ich glaube, die zielen dann sogar auf einen. Warum kommt da jetzt? Liede mir einfach den Würfel zu. Indem du wieder da hoch gehst. Ja. Mit dem Würfel und den da einfach nur ein Tal jagst. Oder warte mal, komm mal her. Geh hin, zurück. Ich hab's gleich. Okay, perfekt. Weil ich hab gerade gemerkt, ich könnte einfach ein Portal setzen, um deinen Würfel zu nehmen. Ja. Wie konnte ich hier so lange hängen, ey? Ich hab das nicht gerade geschafft, okay. Keine Ahnung. Du brauchst noch nicht schief mit allen Kutzen. Das stimmt. Äh, sorry, Fragism-Mode. Ach, shit, ey. Ich glaub nicht. Du, das machen wir jetzt nochmal. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Auch mal nicht machen. Alles gut. Nee, nee, machen wir auch nicht. Shit, ich hab dich verpasst. Bleib hier, Alter. Nein, nein. Richtig. Oh, shit. Das wär das Achievement gewesen. Ja. Ich habe die letzte Woche versucht, einen von diesen Menschen, die du gefunden hast, in eine Kötzungsmaschine. Ja, du? Oh, ja. Ja. Wenn man kommt. Ich komme. Ich muss sagen, diese Speziallevel, die wir jetzt scheinbar schon, oder auch nicht gleichzeitig machen überraschend viel Spaß. Ja. 6 von 9. Schuhe meine Laser. Gerne. Okay, man springt sehr hoch. Und da ist eine Wand, die man setzen kann. Aber kann man hier auch eine Wand setzen? Nee. Nee, Tatsache. Wenn ich den Knopf drücke, dann geht der... Da kommt was raus. Ja. Ja. Queue. Laser Queue. Woher? Wo ist... Da. Ah ja. Was passiert dann? Aua. Aua. Ähm. Aua. Aua. Hättest du die Gebühr... Danke. Oh nein. Wir müssen gleichzeitig... Doch nicht. Perfekt. So, aber kann ich den jetzt fallen lassen? Was ist denn hier, ne? Bloß nicht, Bruder. Obwohl. Gucken jetzt... Ah, kann doch, kann ich. Okay. Ach, super. Ähm, das Ding ist aber der Muster weg. Okay. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt habe ich hier eine Brücke. Jetzt musst du genau hier rüber kommen. Und jetzt kannst du da durchlaufen. Und gucken, was da ist. Eine Wand? Ja, jetzt brauchen wir die Brücke. Irgendwie. Aber sobald ich hier durchkriege, ist die Brücke komplett weg. Ja. Was wollen denn das? Das ist gerade für ein Geräusch. Äh. Hab ich nicht mitbekommen. Dieses... Ach, die Kamera. Ah, okay. Durchgesprungen. Äh. Ups. Ja, also wir haben nur diese... Aufwand. Okay. Ja. Hier oben. Ist die Wand. Ist das hier? Achso. Hier durch. Kannst du mir die Wand mal kurz machen? Danke. Ja. Wo und? Warte mal. Kommt man unten an eine Fläche? Nee. Glauben nicht. Aber man kommt von... Ich komm von hier wieder nach da unten, ohne das was zu löschen. Ja. Hm. Aber die Wand da oben ist ja da. Wie würde man denn jetzt eigentlich das Ding da wieder wegkriegen? Gar nicht, ne? Ja, das ist die Frage. Warte mal. Wenn ich von unten dagegen springe, ich mach's jetzt einfach mal. Mhm. Kann ich das dann aufheben? Oh, fuck. Kann ich das dann aufheben einfach? Möglich, aber... Ja, ich kann direkt unter dem Cube hoch springen und kann's nicht nehmen. Ja. Achso, mit dem Knopf unten würde man den wegbekommen. Weil dann despawnt ja alles. Du bist ein Genie, Alter. Und die... Und die Frage ist, was uns das bringt? Äh, bring tut uns das? Ja, warte, wir müssen noch mal hoch. Mhm. Äh, genau, drück den Knopf. Wo fängst du? Dahinten... Dahinten war irgendwas, ja. Dahinten war irgendwas, was mir was gesagt hat. Nee, nee, äh... Oh, falsch, komm. Hier musst du hin. Achso. 3, 2, 1. Jo. Willst du be right? Ja. 3, 2, 1. Hier ist aber auch keine Wandung. Ah, noch? Ja. Ah, nee. Ich dachte, die wären hier weiß, aber... Nee, nee. Aber das sagt mir hier was. Warte mal. Ach, ja. Ja. Ja, da hinten... Wenn du jetzt zurückgehst, kann man dann hier irgendwo... Das hat geklingelt, weißt du? Lamao, nimm mal weg, das Ding. Bring dich gut. Oh Gott. Nee, hier unten war ja keine weiße Fläche. Wir müssen da oben lang. Na, kommt man nicht ran. Nee, wir müssen oben lang. Hä, okay. Das schicke ich ja bis jetzt überhaupt nicht. Ja, mein Brain, das fickt gerade rum, weil irgendwas willst mir Sachen. So, warte mal. Ähm, es kann nur einer hier oben bleiben. Das heißt, du bleibst mal hier oben? Jo. Achso. Oh Gott, warte. Nee, nee. Ja, das Problem ist dann jetzt aber nur die Wand... Äh, der Dings ist ja halt weg. Ja. Aber warte mal. Wenn du denn jetzt... Wie bist du denn zu mir hier nach unten gekommen? Du hast mir ein Portal gegeben. Ich hab dir ein Portal gegeben. Ich hab dir ein Portal gegeben. Dring dich mal durch. Ähm... So, was wollte mein Brain? Da ist ein Ding. Lass dich... Da musst du mal rein. Du... Kommst du wieder nach... Ja, du kommst wieder nach oben durch dein Portal da. Ich will... Ich nur... Ich kann jetzt nach unten. Ich hab hier jetzt ein Portal gesetzt. Und du musst das Portal jetzt nur einen Sprung hier setzen, wo meins klar ist. Ja. 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 Ja, das war schon. Ein bisschen hoch. Äh, mal gucken. Ja, mal gucken ob die Tür noch... Ah, wir kommen nicht durch die Tür, weil es zu hoch ist. Mission accomplished. Nein. Das war wirklich kompliziert. Ja. Aber gut. Ja. Hat auch nicht lange gedauert. Ja, das Spiel macht überraschend Spaß und ich bin schlecht, dass es noch keinen dritten Teil gibt im Multiplan. Ja, leider. Ja. Hast du Half-Life Alyx gespielt eigentlich? Ja. Komplett durch. Auf der Gang in Opulous Quest. Oh, leu. Mit einer 1060 Grafikkarte. Das hat funktioniert. Oh, Junge. Haha. Ach. Lol, das hat's aber zu schön aus Metal, äh... Du meinst wiederkert. Hm. Und ich bin bewusst. Test Subjekt. Ich habe gesagt, dass deine Mutter... Hm. Hm. Oh, das ist einfach zu bleiben. Die muss man einfach nur weglasern. Aber dafür brauchen wir dann so ein Q. Komm mal hierher. Willst du dir rushen? Nee. Komm mal hinter mich. Ja. Kannst du mal dein Portal an die weiße Fläche schon fallern? Jetzt wieder... Ach nee. Okay, ich habe gerade gesehen, dass hinter uns das Ding ist. Ja. Okay. Hm. Das ist... Schlecht. Wie kommt der Ball hier raus? Ups. Oh, Jun. Oh, oh. Oh, oh. Oh, krass. Was tust du? Ich weiß es nicht. Warte, ich... Warte, ich... Oder so... Ja, und eben Laser. Nein. Hm. Okay, nice. Du bist zur Unendlichkeit. Hier hinten ist ein Knopf. Äh... Oh, leil. Ja. Äh... Du bist ein Genie. Und du weißt noch nicht, wie wir das machen. Ich auch nicht. Wie bist denn du dran? Ich bin da oben. Du siehst meine Markierung, ne? Wie groß mein Schatten da an der Wand ist. Leil. Ja, sehe ich gerade. Äh... Pass auf, da vorne. Ist ein offenes Fenster zum durch irgendwas machen. Ja, da... Dafür bin ich aber schon zu hoch. Ja. Ähm... What's fuck? Okay. Dann cheat halt alle. Ähm... Warum? Ja, ja, flieg durch das Fenster aus, bitte. Ne, das ist zu weit unten. Du schaffst das. Okay. Äh, Digga, ich glaube, wir müssen zurück zum Hauptmenü. Ja, möglich. Oder kannst du dich... Ah, ne, warte, ich... Die war... Ja, okay, nice. Das... Wie auch immer. Dankwürdig. Okay. Ich hab mal kurz den Kleid an, Alter. Los geht's. Ne, okay. Irgendwas muss ich ja hiermit auch auf sich haben, ne? Ja, das ist doch noch für das Ende. Ach, wir brauchen den Ball, ja. Äh, wie? Achso, ja, einfach, ne? Ah, da ist aber Wasser. Ah! Loy. Ja, das ist doch... ... alle, die weinen, die wir haben. Das ist doch so. Aber wo kommt der Ball raus? Der Ball kam... ...wo raus? Da oben irgendwo, glaub ich. Da oben. Aber es ist auch erstmal unwichtig. Also wir brauchen auch den... Laser. Achso. Ah. Okay, ich glaub ich hab's fast. Ja. Ich kämpfe. Sehr gut. Oh, das ist doch mal richtig. Ja. also wir können mit dem laser den strahl umdrehen ja ich muss dann dadurch fliehen du musst den strahl noch mal für ganz langsamer also du musst den strahl und ich muss dann dadurch fliegen erstmal so wie dann komme ich denn jetzt da wo ich muss es erst mal ja dann kannst du den strahl schon umdrehen das finde ich wahrscheinlich gelesen muss ich dann sitzen bis gleich erstmal jetzt machen wir deine portale macht noch mal den laser weg ja ich komme da hinten nicht dran ich kann aber den laser umdrehen mach mal deine portale dahin das war durch das glas ja ja ich kann dann den laser das klappt jetzt gehe ich nach unten dass ich zum klopfen ja aber ich sterbe dann hier du müsstest das so umdrehen können also muss ich gehen aber ich muss dich damit hätten dann ja ich verstehe ich muss ich muss den strahl machen oder sieben und ich den laser und dazu muss ich da erstmal hinkommen und ich lernte hätte ich dann wieder hoch wenn du den knopf gedrückt hast du fängst und kommst wieder hoch zu mir ich verstehe okay ich bin zu dumm warte ja warte mach ganz schön du machst das jetzt genauso wie vorher wo du da rüber gekommen bist warte lass mich kurz überlegen nee du musst hier eins machen und hier unten damit ich dann da reinfliegen kann weil du rüber yeetest ja und ich möchte meine entsprechen und du musst dann gleich die rüber laser ja so dass ich das ding genau du kriegst und kommst zurück ja der schlauerste um einen würfel na hoch so jetzt haben sie welche wegschläsen ach Schkinder so aber was machen wir jetzt mit dem beitem pro hallo Kannst du mich mal hier rüber geben? So, okay. Ich will jetzt... Kannst du da irgendwie durchgucken? Ja, das... Nee, aber... Versuch so in die Richtung gerade zu kommen, weißt du? Ja. Das war, indem ich da unten irgendwie... Ja, ja. Achso, nee, 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 ich hab's. Hast du? Ja. Kannst du da rauskommen? Äh, sicher. Mach mal... Achso, den hast du da schon und dann hier einfach rein. Ah, ja. Stimmt. So, aber wenn du jetzt da hinten durch gehst... Ja. Dann verschwindet das Ding ja. Ja, deshalb gehst du jetzt in dein Blauester und wirst rübergetragen. Ach, ach klar, natürlich. Tschüss. Tschüss. Ja.